Hey ho Leute, was geht ab? Ich bin der Ayakas Pratenberater und willkommen zurück zu einer weiteren Part von Dongakanshi Tropical Freeze. Und wie ihr auch schon gerade gesehen habt, sind jetzt endlich diese grünen Dinger weg. Das ist schon meine Gardinen, kann ich mal sagen, weil ich das gerade über Nacht aufnehme. Und wenn ich über Nacht nehme, dann heißt es, dass die dann wechseln, weil die Sonne dann weg ist. Und deswegen kann man die halt nicht in der Aufnahme sehen. Aber ja, willkommen zurück zu einer weiteren Part von Dongakanshi Tropical Freeze, habe ich ja schon gesagt. Und ja, dann könnt ihr mal wissen, wann ich aufnehme, nachts oder tags. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Wir waren jetzt in der letzten Part hier in 2.4 so eine Schreinerei stehen geblieben. Das war das Minecraft-Level, was hier in diesem Land da war. Und ja, da gab es auch um Segen und so alles. Und jetzt sind wir bei 2a Emmentaler Stollen. Los geht's! Los geht's, los geht's. Und jetzt ist ein bisschen das Licht da, wenn es dunkel ist. Aber das sieht man halt nicht so heftig krass. Obwohl, das sieht man schon ein bisschen krass. Aber ich weiß nicht genau, was besser ist. Weiß ich nicht genau. Ich kann das auch nicht ändern. So. Oh ja, ist da keine Super-Rolli-See. Ich wollte eigentlich mit Cappy das machen, aber wir sind natürlich nicht mehr Super-Rolli-See. So. Ja. Der grüne Ding hat nicht warm und mein Licht ist trotzdem noch da. Von daher, ja. Tut mir leid. So, jetzt sind gerade die Gegner-Response. So. Jetzt auch übrigens Ratten. So. Da gehen wir auch hier runter mal. Und weil dieses Licht kann ich jetzt auch nichts machen. Tut mir leid. Gut. Ah. Hier wir auch schon das Ende. Okay, okay. Ja. Vielleicht brauche ich das ja noch. Ah, warte. Da oben ist was. Den machen wir mal weg. Vielleicht stört er uns denn nur. Wow, das war knapp sogar. Erst das Puzzleteil. Gut. Okay. Was ist denn das für eine geile Höhle, ey? Das ist ja das Secret Exit, war das ja. Okay. Ich kann auch so hoch. Okay. Bonus. So was für ein Muss ist es? Also der Bonus, der ist easy. Wow, Alter, wie schnell das war. Okay. Immer auf die Platt, auf die, äh, auf die Dings achten. Und nicht so schnell machen. Der ist ein bisschen schwer. Aber den kriegt man eigentlich ganz leicht hin. Und den haben wir auch schon jetzt schon hinbekommen. Das hatte ich das letzte Mal nicht hinbekommen. Ja, doch. Ja, zweimal oder einmal, ich weiß gar nicht genau. Ich war echt dumm da. Aber wenn man ganz geduldig ist, dann kriegt man das eigentlich hin. Oder wie geil das mit dem Käse gemacht haben. Dass die Bananen erst mal in Käse sind, dann wieder außen sind. Das ist echt gut gemacht. Und brauchen wir gerade diesen Typen da. Ey, nicht dein Ernst erst. Als ob wir jetzt diesen Typen brauchen. Nee, ne? Aber vielleicht respawnt er, vielleicht respawnt er. Nein, nicht der hier. Der andere. Ja, der hier, ja, okay, perfekt. Der ist noch da, der ist noch da. Zum Glück, zum Glück respawnen die Gegner. Und es hat noch ausgereicht. Und natürlich, es ist ein Puzzleteil. Ja, klar. Okay. Okay, immer ein bisschen warten. Okay. Man kann sich bilden, nicht bewegen. Irgendwann ist das, ne? Alter, was ist denn das? Jetzt aber. Ich geb dafür ein Puzzleteil, wenn ich alle Bananen einsammel. Ist aber recht knapp. Ja, Puzzleteil. Ich will jetzt das Puzzleteil, hallo. Dankeschön. Vier von sieben. Okay. Okay, okay, okay. So. Okay. Jetzt fang ich was. Gut. Okay. Okay. Alter. Hab ich voll erschrocken. Ich wollte da ja nach oben, ob da noch was ist, oder? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Schön oben bleiben. Okay, die kippen runter. Das wusste ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh. Das war ein bisschen Skill von mir. Nice. Ja. Oh, nee. Ist ja nichts. Okay, ich lade. Ich dachte, da wäre noch was. Okay, ich geh mal hier lang. Hier ist dein Ballon. Äh. Ich geh mal hier nach oben. Und das ist ein versteckter Ding. Oh, da ist auch der Bonus. Lade. Ich geh so verwirrend. Ich weiß nicht genau, wo die anderen hinführen. Die anderen links. Und auch oben, weil es so versteckt ist. Äh. Und deswegen war es auch eigentlich auch richtig. Nice. Nein. Wow. Nein. Ach du Kacke, ey. Obwohl es ein leichter Bonus ist, habe ich ein bisschen Angst. So. Zehn Sekunden. Na komm, das schaffe ich noch. Ja, easy. Nice. Ja, ja, ja. Bisher müsste ich noch nicht schneiden. Das ist eigentlich sehr, sehr geil. So, auch nochmal die Mega-Banane mitnehmen. Von Mega, versteht ihr das? Na, Spaß. Bäm. Bäm. Okay, okay, okay. Wow. Das muss nicht sein. Nein. Da muss ich aber damage nehmen. Oh mein Gott. Wow. Aber hier kann ich mich bewegen. Wow. Ich bin ein bisschen vorsichtiger noch. So, einmal noch. Ja, ist ja klar, dass du wieder ein Puzzleteil hast. Ist ja klar. Und nein, sieben von sieben. Okay, okay, okay. Ah, jetzt. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir nur noch durchwaschen. Weil ihr seht, ich bin der Skiller. Nein. 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 Ja. Oder so. Perfekt. Skill da. Man müsste es eigentlich noch anders machen. Aber egal. Ich habe Skill. Oh. Alter, wie viel Glück habe ich bitte hier. Das ist einfach ein unfassbar, ey. Wie viel Glück ich hier habe. Drei Münze holen wir nochmal. So. Ah, scheiße. Die müssen wir nicht. Mist. Die aber auch nicht. Das ist doch nicht. Die aber. Ja. Die drei Münzen holen wir nochmal. Nice. Und hier ist auch schon das Ziel. Also, das war aber ein richtig geiles Level. Finde ich. Und. Natürlich kein Decay. Super Sache. Okay. Und wenn man sieht auch weniger von meinem. Von meinem. Von meinem. Von meinem Zimmer. Wenn da Black Screen ist. Das ist eigentlich richtig gut. Dann muss ich eigentlich mehr. Auf der Nacht. In der Nacht aufnehmen. Nice. Aber ich darf halt nicht so rumschreien in der Nacht. Deswegen. Ja. Es ist ein bisschen problematisch. Deswegen darf ich auch nicht so oft bei Nacht aufnehmen. So. Okay. Machen wir noch das hier. 2B. Handkäs mit Ratzfatz. Okay. Absolut kein Plan. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kein Plan. Absolut keinen Plan. So. Da kommt er auch schon mit seinen Zähnen. Die frisch geputzt worden, hoffe ich. Sind. Ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Ja. Jetzt ist er. Okay. Oh. Easy Bonus, Alter. Dankeschön. Easy Bonus. Ja. Ja. Doch, doch, doch. Easy eigentlich. Yeah. Wupp. Wupp. Bam. Puddelteil. Nice. Okay. Nein. Nein. Also, ob ihr jetzt ein Raketen-Nerval ist. Ey. Als ob ihr jetzt ein Raketen-Nerval ist. Das war vielleicht das erste Puddelteil schon. Das ist noch ein Puddelteil. Ich kann mich eigentlich schon umbringen. Das war noch ein langer Part. Vielleicht wird es auch nur zwei Leveln. Wenn das dritte jetzt schwer wird, dann mache ich das dritte eigentlich irgendwann nicht. Oder wenn das dritte schwer wird, weiß ich nicht. Dann kriege ich das nicht mehr hin. Erst mal so richtig schön gefailt. Richtig schmackvoll, Alter. So, hier war kein Puddelteil. Gut. Aber da oben war da ein Puddelteil. So, jetzt achten. Oh, Mann. So. Jetzt habe ich es. Ich gehe mal oben lang. Oh. Oh. Cool. Okay, was jetzt? Nein. Das war safe wieder ein Puddelteil. Ey, ich hasse Raketen, Neville. Ich denke, es war ein Puddelteil. Ich bring mich mal kurz um und gucke mal, ob es wirklich jetzt ein Puddelteil war oder nicht. Aber ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ob das jetzt ein Puddelteil war oder nicht. Das ist doch nicht... Ich weiß, ich darf nicht rumschreien. Aber es ist doch echt unglaublich, ey. Wer es ja kein Puddelteil ist, dann raste ich aus. Es ist unglaublich. Komm, zwei Versuche noch und dann cutte ich. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Es war ein Puddelteil. Ich wusste es. 3 von 5. Das N habe ich. Natürlich war da unten auch noch ein dreckiges Scheiß-Puddelteil. Ey, wieder Rage, ey. Wieder Rage. Ja, muss ich sowieso nicht mehr haben. Ja, bei Raketen-Leveln wird man mir... Mein Kopf platzen. Nein, Spaß. Aber nein. Es ist echt unglaublich mit dem Raketen-Level hier. Jetzt habe ich es. Ohne Dämpf zu nehmen. Gut. Gut, gut, gut. Okay, zwei fehlen nur noch, oder? Oder eins? Ich weiß gerade nicht genau. Ich denke nur noch eins. Ja, ein Puddelteil fehlen nur noch. Leben. Ja, natürlich nehme ich nochmal mein Leben ab. Ach, du Kacke. What the hell? Wow. Wow. Alter, wie kippt das war. Hey, aber ein Puddelteil fehlt auch. Ohnein. Ohnein. Ein Puddelteil fehlt. Ich denke mal, da war es sogar. Nein. Ja! Drei Fates. Aber trotzdem. Ach, du heilige, ey. Das ist doch... Es ist... Krass. Kommt direkt zum Boss. Wir müssen das nicht machen. Das ist nicht direkt, aber... Fast direkt zum Boss. Okay. Aber machen wir erstmal Luftschloss rum, man. einen Tick. Das klingt einfach irgendwie. Lufschloss. Wehe, ist dieses Minecraft-Level. Dann disconnect ich. Dann habe ich keinen Bock mehr. Eins reicht. Und das war's. So. Ich denke mal, das ist nicht... Kein Minecraft-Level. Ich weiß gerade nicht genau. So. Okay, das ist schon mal ruhig. Ach, super. Habe ich den echt super eingesetzt. Der ist aber trotzdem weg. Oh. Okay. Nein. Double Show for the Win, kann man sagen. Nice. Okay. Ich weiß, viele Leute fragen sich jetzt... Chaos, Pirat, warum machst du den kompletten Funky-Modus? Ja, weil ich keinen Bock habe auf den Original-Modus. Weil ich den schon mal gespielt habe. Und ich den nicht aufwärmen werde, weil er viel zu schwer ist für mich. Ich will mir gar nicht so leichte Dinge. Und der Funky-Modus ist halt perfekt dafür. Deswegen will ich auch keinen Donkey-Country-Returns aufnehmen. Weil ich da einfach nur weinen werde. Und mit dem Funky-Modus ist halt viel, viel... Habe ich gesagt, dass es leichter ist? Habe ich doch gesagt, dass es leichter ist? Ey. Ihr seht, ich falle trotzdem. Also ich bin echt schlecht in Videospielen, kann man sagen. So. Aber ich mag das halt gerne, aufzunehmen. So. Also verschiedene Videospiele aufzunehmen. So. Ah ja, wir können ja trotzdem auf den drauf, lol. So, wenn das jetzt lang wird, dieses Level, dann... Also es ist schon mal leicht, kann man sagen. Ich habe jetzt einmal gefehlt, aber es war erst auch so gesehen. Kannte ich jetzt auch nichts dafür. Okay, ich kann... Auf die Sprengung, okay, gut. Hier ist das Puzzleteil. War da gerade. Okay, was jetzt? Was jetzt? Hallo, hallo, hallo. Oh. Okay, zerplatzt es dann irgendwie, oder? Doch, es zerplatzt. Okay. Hä, wie soll ich denn das machen? Hä? So, das ist auch so. Ich hoffe, da war jetzt kein Puzzleteil. Was haben wir verkackt? Ich habe jetzt den Checkpoint erreicht. Wir müssen dann wieder von vorne machen, wenn da jetzt ein Puzzleteil war. Aber das konnte man eigentlich auch nicht machen, irgendwie. Oh, hier ist noch was. Ich sage gerade gar nichts. Ich sehe nicht mal selber links das. Irgendwann war ich nochmal zurückgegangen. Ich wollte gerade nachgucken, ob da wirklich jetzt ein Checkpoint war oder nicht. Aber ich habe gerade das hier gesehen. Oh, das ist ein Bonusraum. Okay. Alter, wie hoch ich springe, ey. Das ist doch unglaublich. Ich dachte, ich habe diese Sprungmechanik anders in Erinnerung. Und so ist es viel, viel leichter. Nice. Okay. Ich wollte noch gerade nachgucken, ob da wirklich eins war. Also kein Puzzleteil, sondern... Oh, da bist du nicht, die Sonnein. Ich will gleich mit denen nach vorne zocken. Genau. Ich nehme ja sehr, sehr... Äh... Nicht so viele Videos mit denen auf. Ähm... Deswegen, ja. Hallo, Puzzleteil. Ich muss jetzt da an den Raum kommen. Okay. Dann hat es so... Wow, das war knapp. Das war... Knapp. Und es bewegt sich. Das bewegt sich. Ey, und es war kein Puzzleteil. Alles klar. Wow. 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 Nice. Alle Bananen mitgenommen. Okay, komm schon. Das ist G. Okay. 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 So, ich denke mal, es wird ein 30-Minuten-Part, aber juck mich jetzt eigentlich auch nicht. Wow. Kein Puzzleteil. Oder habe ich hier noch eine Banane übersehen? Ne, aber kann ich eigentlich nicht sein. Ich dachte, das wäre jetzt ein Puzzleteil wert. Aber neun. War es nicht. Warte, ist da hinten noch was hinter dem Ziel? Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Oh mein Gott, mein Akku ist gleich leer. Das ist ja super.